Willkommen zurück zu Bioshock Remastered für den PC und zwar sind wir jetzt hier bei Farmers Market müssen hier irgendwelche Teile suchen bzw. beschaffen da haben wir schon mal was inzifunden von 1 von 7 einmal rauskomme und ich hier bei meinen Bienenstöcken erwische hole ich meine Schrotflinte und was deine Frage angeht ja meine Tage auf der Imkerschule sind lange her aber ich erinnere mich durchaus an die Sache mit dem Enzym von dem du andauernd quatscht aber wieder so ein Frick hier wieder voll zur Sache hier ich vernichte deinen erstgeborenen Feigling na komm her dass ich dich ausschließen kann tja Fäsche habt schon einsammeln hier 5 von 7 dann komme ich schon die Sache schon etwas näher oh du komm verpisch dich boah heftig 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 eine schöne Munition hier ey verflucht sei die Frucht deiner Gebäude oh man na hier kriegst du eine Kugel im Kopf du hast ja vorher irgendwo da machst du die Kinder mit ihren langen Nadeln ihren stimmlosen Liedern oh nein wir alle haben mitgezogen an der großen Kette des Strebens und erschaffen es wir alle wegen Handels oh fuck ey das ist so viel ey wir alle ziehen daran und werden von ihr gezogen sind diese Kinder nicht eine gehauenhafte Entartung ja aber war es nur meine Hand an der Kette die sie erschaffen hat nein ihre eigenen kleinen Finger lagen direkt neben meinen das ist so viel wir sind okay ist mir egal ja mir ist es auch egal ey mach auf die Scheiße hier Alter wo ist denn das Teil Oh, ekler verrückt hier Oh, ey, du hast hier keinen verfickten Durchblick mehr Du wirst nicht mehr, wo was vorne und hinten ist Mr.B, Mr.B Na komm, her hier Ich brauch den Adam Na jetzt mal oben erstmal die Dinger der E.H.T.I.N. keine Chance voll hier Ist ja nicht mehr normal. Ist ja nicht mehr fein, Alter. Drei Schuss noch, ey. Oh Mann. Wahrscheinlich, ja. Alter, schon mal deine Fresse, ey. Dieser erbärmliche Trudecule rüben in der Whirly Winery schüttet jetzt Wasser in seinen abscheulichen Wein. Wasser? Als ich ihn darauf angesprochen habe, hat er geantwortet. Pierre, keine Sorge, es ist destilliertes Wasser. Es könnte schlimmer sein. Ich könnte einfach mehr Wasser nehmen. Oh, Drecksbien. Wir alle haben mitgezogen an der großen Kette des Strebens und des Schaffens. Wir alle legen Hand an sie. Ich halte sie fest. Von Tane hält sie fest. Wir alle ziehen daran und werden von ihr gezogen. Sind diese Kinder nicht eine... Betäuben Sie Ihre Gegner mit 1000 Volt. Ein Stromschlag im Wasser ist verheerend. Trauenhafte Entartung? Ja, aber war es nur meine Hand an der Kette, die sie erschaffen hat? Nein. Ihre eigenen kleinen Finger lagen direkt neben meinen. So. Ah, 1000 Volt hört sich doch gut an. Brauchsteuerung. Sie steht mir zu, Wichser! Ah, komm, Alter. Verpflichtig, Alter. Weg damit. Da müssen wir uns schon ein paar draus holen, ey. Oh, schnell, 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 schnell. Oh, süd. Willkommen im Zirkus der Wirt. Komm, wenn du bist. Nein, hau jetzt ab. Für so lange verblut, der du in der Schacht bist. Alter. Wo ist der Zeug? Das ist mein Leben. Nicht dein. Versuchst du es mir besonders schwer zu machen? Ist der eigentlich schon einmal. ja 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 der kaputt durch keine zeit Alter Äh 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 Alles klar Ich weiß gar nicht, was ich da suchen muss, ey Das ist scheiße, aber ich finde es uns nicht. Das ist krank, dass da so viele kommen. Das finde ich schon wieder zu viel, dass da so viele kommen, ey. Was ist das? 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 Alter, wo soll ich denn hier noch suchen? Das ist doch nicht mehr normal, ey. Ich habe hier kaum noch Munition, ey. Ey, ich verschwende hier Munition ohne Ende. Oh mein Gott, ey. Versorg 7 Einheiten Chlorophyll, Enzymbrom, Einheiten des Wassers, ey. Oh Mann. Ja und wo liegt die Scheiße? Ich bin noch hier schon alle durch. Ich bin noch nie gut. Ich bin noch nicht. Alter, hier kommen viel zu viele. Ich bin hier alles durch Ziel erreicht, oh man. Geil dir, Maria von der Gnade! Oh man, wo soll die Scheiße liegen, ey? Gehen wir mal da lang. Das ist doch krass, ey. Na ja. Kannst du nur so schnell den Durchblick hier verlieren? Ey, ich wüsste gar nicht mehr, wo ich hier bin, ey. So. Ich geh jetzt erstmal hier runter, so. 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 Ich hatte vergeblich gehofft, wir könnten sie in einen vegetativen Zustand versetzen, damit sie gefügiger werden Ich fühle mich in ihrer Nähe äußerst unwohl Auch wenn sie diese Dinger im Bauch haben, es sind immer noch Kinder Sie spielen, singen, manchmal sehen sie sich Alter, brennen, ey Endlos lang Manchmal lächeln sie Wahnsinn, was hier abgeht, ey Mit sich heute nicht Alter, wie viele Kugeln die frissen, ey Wahnsinn So, da liegt noch was Schauen wir mal hier Ah, da brennen, ey So, da liegt noch was Jetzt erstmal raus hier, ey Ah, dann mal hier Alter, wo kommen wir denn hier raus? Oh, wo geht's denn hier raus? Hier hoch Oh, mein Gott, ey Ist da jemand? Wir werden doch Oh, warum? Ein Schuss, ey Oh, warum? Ein Schuss, ey Hier lang Wie lautet die größte Lüge der Welt? Was füllt denn überhaupt noch? Laut Formel für das Lazarus Vektor werden sieben Einheiten Chlorophyll Losung benötigt Erkunde Arcadia und den Farmers Market Warte mal Arcadia Market Ne, Arcadia und Farmers Market Oh, Mann, ey Was ist das Brutalste und Obszönste, das der Menschheit je angetan wurde? Da erstmal hinkommen, ey Oh, blöde Drecksau, ey Deine Scheiße, ey Guck mal, Farmers Market oder Arcadia So, hier muss die Zeigung wo oben liegen Wir haben uns von dir abgewandt Aber klar doch, ich, ich, ich kenn dich Du bist dieser Typ mit dem Wisch Oh, erstmal finde Zeug, ey Alter, das ist total heftig Würde ich sagen, mach mal hier erstmal Stopp und mach in der nächsten sauberen, spritzigen Und dann weiter da rein, bis dann So, dann machen wir hier weiter, wo wir aufgehört haben Und zwar suchen wir immer noch dieses Chlorophyll Zeug Ach, Splicer haben das Zeug, alles klar Die musst du erstmal kalt kriegen, ey Oh, nehmen wir das hier Die Splicer haben das Zeug Die Splicer haben das Zeug Die Splicer haben das Zeug So, jetzt noch ein Noch ein Splicer Oh, da brauchen wir nicht gucken Okay, mal bei den Jungen Fynn, ey Na, da brauchen wir nicht lang Das ist ja jünger und grüner Oh, sehr schön Jetzt haben wir alles Hast du schon alle Bestandteile des Lazarus Vectors gesammelt? Wenn ja, dann such dir am besten eine Werkstatt Und setz ihn zusammen Und dann geh zurück in Lengfurt's Labor Und tu das ganze Zeug in die Befeuchtungsanlage Das müsste der Nebel eigentlich wegbusten Du, wenn du mir sagst, wo lang Ich betreue, dass er die Befeuchtung Ich betreue, dass er die Befeuchtung Um Ähm Du hast alle nötigen Bestandteile Gehe jetzt zu einer U-Invent-Station Und ich stelle den Lazarus Vector her U-Invent Oh Mann ey, wo finde ich denn sowas Ich schicke dir die Pest Das Wasser der Flüsse wird zu Blut Oh, lass dich mal durch, du Arsch ey Ey, was soll denn das Mann, wo finde ich denn das jetzt hier Willkommen im Zimmer Ah, na endlich Mein Gott ey So wie sich das anhört, was du da gebastelt hast Schätze ich, du bist der stolze Papa Einen nagelneuen Lazarus Vectors Leg den Vector an eine Vorrichtung Die zentrale Befeuchtungsanlage genannt wird Dann stimmt die doch denn im Laden wieder Da lang, ja Oh Mann Kehre zu Kehre nach Arcadia zurück Gut, dann machen wir hier auch erstmal Stopp Und sind auf jeden Fall in der nächsten Runde wieder Also haut da rein, bis dann Und dann Vielen Dank.